So, jetzt ist das Wetter wieder ein bisschen besser, aber heute Morgen hat es geregnet. Und was macht man, wenn es regnet? Nun, ich bin gejoggt. Das macht man, wenn man verrückt ist. Wenn man verrückt ist, dann joggt man, während es regnet. Aber wenn man nicht verrückt ist, dann schaut man sich zum Beispiel Filme an. Wenn es regnet oder das Wetter schlecht ist, ist es ein guter Zeitpunkt, um Filme zu schauen. Und Maria hat mich in der Facebook-Gruppe gefragt, welche Filme ich empfehlen kann. Was sind meine Filmvorschläge? Nun, es gibt viele gute deutsche Filme, finde ich. Ich habe hier eine Liste und ich werde mal über die sprechen, von denen ich denke, dass sie wirklich gut sind. Also, zum einen haben wir den Film Das Leben der Anderen. Okay? Der ist von 2006. Das Leben der Anderen mit einem sehr guten Schauspieler, finde ich, den Ulrich Mühr. Er spielt einen Stasi-Agenten. Er spielt jemanden von der Stasi, der andere Menschen abhört. Okay? Also in der DDR, da gab es die Stasi. Das war eine Organisation vom Staat, die Menschen beobachtet und abgehört hat, von denen die Organisation meinte, wären gegen den Staat oder wären nicht sozialistisch oder sowas in der Art. Und meistens waren das aber auch einfach nur Freidenker. Es waren Leute, die eine eigene Meinung hatten und nicht sich unbedingt dem Kollektiv oder dem großen Staat beugen wollten. Oder auch Leute, die einfach nur die Wahrheit kundtun wollten. In einem diktatorischen Staat ist die Wahrheit nicht immer sehr beliebt. Genau. Also der Ulrich Mühr spielt in Das Leben der Anderen einen Stasi-Agenten, der aber immer mehr Gewissensbisse bekommt. Der immer mehr denkt, was wir hier machen, ist nicht in Ordnung. Das ist nicht gut, was wir hier machen. Und das ist ein sehr bewegender Film, ja, auch über die DDR und wie es damals war. Deswegen kann ich den auch sehr empfehlen. Einmal, weil er sehr bewegend ist, der Film, und auch, weil ihr dann ein bisschen darüber erfährt, wie es damals war. Es ist auch ein sehr geschichtlicher Film. Dann kann ich total empfehlen Lola rennt. Lola rennt, das geht um ein Mädchen mit dem Namen Lola. Sie heißt Lola, sie heißt Lola und Lola rennt durch Berlin. Ja, wie der Titel schon sagt, Lola rennt. Also Lola rennt durch Berlin und das ist einmal ein total toller Film, weil ihr dadurch ganz viel von Berlin seht. Berlin ist eine so schöne Stadt. Und in diesem Film seht ihr sehr viele Szenen in Berlin. und da bekommt ihr einen sehr guten Eindruck von Berlin. Einen sehr guten Eindruck von Berlin. Das heißt, ihr kriegt mit, wie es aussieht in Berlin, ja. Ihr seht, wie es aussieht in Berlin. Ihr bekommt einen guten Eindruck. Und die Geschichte in dem Film Lola rennt ist, dass Lola innerhalb von 20 Minuten, ich glaube 200.000 Mark, beschaffen muss. In kurzer Zeit braucht sie ganz viel Geld, ja. In 20 Minuten braucht sie unbedingt 200.000 Mark, sonst passiert etwas Schlimmes. Und deshalb rennt sie durch Berlin und es gibt... Ich möchte euch keine Spoiler geben. Ich möchte euch den Film nicht vermiesen. Ich will euch den Film nicht schlecht machen, indem ich zu viel verrate. Das wäre ein Spoiler, wenn ich zu viel verrate. Aber ich kann euch sagen, dass es ein sehr interessanter Film ist, mit sehr unerwarteten Wendungen. Und dieser Film untersucht auch den Schmetterlingseffekt, ja. Auf Englisch sagt man den Butterfly-Effekt. Das heißt, wie ändert sich der Lauf der Geschichte, wie ändert sich ein Leben, wenn man kleine Entscheidungen anders fällt? Wenn sich kleine Dinge ändern, was ist dann anders? Ja? Wie ändert das den Lauf der Dinge? Was gibt's noch? Ich habe nicht alle davon gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film namens Der Untergang gesehen habe. Aber es ist ein Film über die letzten Wochen, letzten Tage von Adolf Hitler. Wie er in seinem Bunker ist und immer mehr merkt, dass der Krieg verloren ist. Immer mehr merkt, dass auch immer mehr in seinen Wahn reinkommt. Er war ja sehr wahnsinnig und man sieht in diesem Film auch sehr diesen Wahn. Und ich denke, ihr kennt den Film bestimmt. Ihr habt von dem Film bestimmt gehört. Der Untergang, weil es auf YouTube ganz viele Videos gibt, wo Hitler total rumschreit und und die Untertitel sind aber andere, ja. Also es ist eine Meme, würde man sagen. Es ist eine Parodie. Es gibt ganz viele Parodien von der Untergang, von dieser Szene, wo die Generäle zu Hitler gehen und sagen, Hitler, der Krieg ist verloren oder Hitler, wir haben keinen Angriff gestartet, ja. Der Angriff ist nicht erfolgt, sagen sie zu ihm. Und er rastet total aus, ja. Er rastet aus. Er wird wütend. Er sagt, wie kann denn das sein? Er rastet aus. Er wird wütend. Das ist, genau, das ist der Untergang. Und es gibt es noch Metropolis. Metropolis habe ich noch nicht gesehen, aber dieser Film ist von dem Regisseur, Fritz Lang. Der Regisseur, Fritz Lang, Director, Regisseur. Also wir benutzen das französische Wort Regisseur. Fritz Lang heißt er. Er hat Metropolis gemacht. Metropolis habe ich nicht gesehen, aber sonst bin ich ein großer Fan von Fritz Lang. Also diesen Regisseur kann ich euch sehr empfehlen, Fritz Lang. Er hat auch einen Stern auf dem Boulevard der Stars. Also wir haben, wie nennt man das? In Hollywood, wo diese Sterne sind. Ja, Boulevard der Stars. Also auch diese Sterne in Hollywood. So etwas haben wir in Berlin. Und Fritz Lang hat einen Stern in Berlin. Und er war ein sehr guter Regisseur. Und ich mag von ihm sehr Doktor Mabuse. Er hat mehrere Filme gemacht mit Doktor Mabuse. Die gefallen mir sehr, sehr, sehr. Sehr doll. Und die Welle. Oh, die Welle. Das war ein sehr, sehr guter Film. Die Welle wurde auch mit sehr bekannten deutschen Schauspielern verfilmt. Die Geschichte basiert auf einer wahren Geschichte, die in den USA passiert ist, wo die Schüler gesagt haben, in einer amerikanischen Highschool, ja, also das, was im Dritten Reich passiert ist, das passiert hier nicht. Das kann hier nicht passieren. Und wir sind immun. Wir sind immun gegen den Faschismus. Wir sind immun gegen das ganze Gruppendenken und die Hetze und so. Wir sind immun. Und da hat der Lehrer gesagt, okay, dann lass uns ein Experiment machen. Und sein Experiment war, okay, im Klassenzimmer, ja, in der Schule haben sie so getan, als, 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 also er hat so getan, als wäre er ein Diktator im Klassenzimmer, in der Schule, ja. Und hat gesagt, okay, jetzt seid ihr alle in Reihe und Glied. Jetzt, jetzt zieht ihr alle dasselbe an, ja. Ihr habt alle eine Uniform. Ihr habt jetzt alle ein weißes Shirt. Ihr habt jetzt alles ein weißes Hemd. Und, ja, die, die Schüler sind sehr schnell, hat sich ihr Denken ganz schnell verändert, ja. Und das ist der Film Die Welle. Also, beziehungsweise die Welle basiert auf dieser Geschichte. Aber in dem Film Die Welle spielt das Ganze in Deutschland, ja. Also, es spielt in Deutschland und der Film wurde auch mit deutschen Schauspielern verfilmt. Ah, genau. Und die fetten Jahre sind vorbei. Die fetten Jahre sind vorbei. Auf Englisch heißt es so viel wie die Erziehungsberechtigten, also die Educators. Und in dem Film Die Fetten Jahre sind vorbei, ja, gibt es die Protagonisten sind Diebe. Na, nicht Diebe. Sie sind keine Diebe. Aber sie brechen ein. Sie brechen in Häuser ein. Was heißt das? Das heißt, dass sie mit Gewalt die Tür aufmachen von Häusern und der Besitzer ist nicht zu Hause, ja. Der Besitzer geht aus seinem Haus, geht weg und dann kommen die Leute und brechen ein. Das heißt, sie dürfen nicht in dem Haus sein, aber sie brechen mit Gewalt ein, indem sie die Tür kaputt machen und dann im Haus sind. Aber in dem Film Die Fetten Jahre sind vorbei, in dem Film stehlen sie nichts. Sie stehlen nichts. Sie nehmen nichts mit, sondern sie wollen den Bewohnern Angst machen, ja. Sie machen ein Turm aus den Stühlen, ja. Sie machen die Stühle übereinander, sie machen alles unordentlich, sie machen Chaos, ja. Sie machen Chaos, sie machen alles unordentlich, aber sie stehlen nichts. Und ja, das ist ein sehr interessanter Film und es geht ja auch ein bisschen darüber, wie Menschen ihre Meinung ändern oder auch wie Menschen denken. Und auch wie extrem manche Leute denken und zu welchen Mitteln sie greifen, um die Gesellschaft besser zu machen. Und auch die Frage, welche Mittel machen die Gesellschaft überhaupt besser. Das heißt, wenn ich jetzt etwas mache, was eigentlich schlecht ist, aber ich sage, mein Ziel ist aber so gut, dass ich das machen kann, was eigentlich schlecht ist, dann sage ich, der Zweck heiligt die Mittel. Ich denke, der Zweck heilt nie die Mittel, aber das ist meine persönliche Meinung. Genau, aber so oder so kann ich den Film empfehlen. Die fetten Jahre sind vorbei. Okay. Oh, was gibt es noch? Sophie Scholl. Sophie Scholl war auch ein sehr bewegender Film. Sophie Scholl und ihr Bruder waren Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Sie waren Widerstandskämpfer. Was heißt das? Das heißt, dass sie gegen den Faschismus waren. Sie waren gegen das Dritte Reich. Sie waren gegen die Nazis und sie wollten Widerstand leisten. Widerstand heißt, ich wehre mich. Ich sage, nein, nein, ich will das nicht. Ich wehre mich. Ich tue etwas dagegen. Das sind Widerstandskämpfer und es ist eine sehr bewegende Geschichte, wie sie gegen das System gekämpft haben und was mit ihnen passiert ist, als sie erwischt wurden. Und ich weiß nicht, was ich machen würde an ihrer Stelle. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre. Ich denke, sie hatten sehr viel Mut. Ich persönlich, ich hätte, glaube ich, nicht so viel Mut. Oder ich hätte es besser gefunden, mein Leben zu retten und in ein anderes Land zu flüchten. Aber ihre Entscheidung war es nicht zu flüchten. Sie sind da geblieben. Und ich denke, das beweist sehr viel Mut. Ich denke, Widerstandskämpfer hatten sehr viel Mut. Ja, es gibt noch so viele, so viele andere Filme. Ein Film, den ich noch erwähnen möchte. Und der ist, ich weiß gar nicht, eventuell ist der auch von Fritz Lang. Ja, der ist auch von Fritz Lang. Fritz Lang, den ich vorhin erwähnt habe, der hat auch den Film M gemacht. Ja, der Film heißt eigentlich nur M. Nur der Buchstabe M. Beziehungsweise der Untertitel ist oft Eine Stadt sucht einen Mörder. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Das ist auch ein sehr, sehr bewegender Film. Und zwar geht es in dem Film um einen Kindermörder. Ja, jemand, der Kinder umbringt, der Kinder tötet. Und die Polizei will diesen Mörder schnappen. Ja, die Polizei will diesen Mörder finden und verurteilen. Und deswegen macht die Polizei Razzien. Ja, die Polizei überprüft alle möglichen Bars und alle möglichen Geschäfte, um den Mörder zu finden. Und all die kleinen Kriminellen, ja, all die Diebe, all die Räuber und so Und auch all die Mörder, die finden das auch nicht so gut, dass die Polizei jetzt so viel tut. Ja, und die, die, die sind zwar kriminell. Ja, die, die anderen Kriminellen, die sind kriminell. Aber sie denken, also ein Kind umzubringen, denken die ist auch total schlecht. Ja, das heißt, die Kriminellen jagen auch den Kindermörder. Ja, und das finde ich ganz interessant von der ethischen Perspektive, dass die Kriminellen einen anderen Kriminellen auch suchen und dann auch fangen und verurteilen wollen. Ja, dass die Kriminellen, obwohl sie kriminell sind, obwohl sie stehlen, obwohl sie eventuell auch morden, obwohl sie Menschen ausrauben, dass sie trotzdem noch besser sind und deswegen diesen Kindermörder verurteilen wollen. Das finde ich ganz, ganz interessant und ganz, ganz bewegend. Auch sehr viele ethische und philosophische Fragen werden in dem Film aufgeworfen. Ja, vielleicht, vielleicht kann ich dieses Video noch ein bisschen positiv beenden. Deswegen ende ich mit dem Film, wie heißt es nochmal? Der Schuh des Manitou. Also, sehr bekannte Filme sind die Filme von Karl May. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Karl May war Deutscher. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall waren das Western. Western, Cowboys und Indianern. Das sind die Filme von Karl May beziehungsweise die Geschichten von Karl May mit Winnetou, der berühmte Indianer Winnetou. Und ein bekannter deutscher Film ist Der Schuh des Manitou. Der Schuh des Manitou ist nicht ein Film von Karl May, sondern es ist eine Parodie. Es ist eine Parodie von Western. Es ist eine Komödie. Es ist ein lustiger Film. Der Film ist dazu gemacht, eigentlich nur um das Publikum zum Lachen zu bringen. Okay? Also, es ist ein lustiger Film. Den kann ich sehr empfehlen. Der Schuh des Manitou. Vielleicht schaut ihr das... Also, hoffentlich ist euer Deutsch gut genug, damit ihr die Witze auch versteht. Ansonsten schaut es euch erst in einer anderen Sprache an, auf einer anderen Sprache an und dann erst auf Deutsch, damit ihr die Witze auch versteht. Oder ihr macht euch Untertitel an. Jetzt ist die Sonne... Die Sonne war kurz raus, aber ich glaube, die Sonne kommt wieder. Jetzt ist die Sonne hinter einer Wolke. Insofern, für das Ende des Videos wollte die Sonne auch kurz ein bisschen positive Stimmung verbreiten. Und ja, das sind meine Empfehlungen. Und ich denke, es gibt also all die genannten und es gibt auch noch mehr Filme, die einfach total toll sind. Und wenn es mal regnet, das Wetter ist schlecht oder ihr habt keine Energie, etwas anderes zu machen oder habt einfach auch nur Spaß, wollt voll Spaß haben mit deutschen Filmen, dann leiht euch einen deutschen Film aus, kauft euch einen deutschen Film, schaut euch den Film über Netflix oder was auch immer an. Und ja, habt viel Spaß dabei, lernt ein bisschen Deutsch in eurer Freizeit, während ihr einen Film schaut. Und das wird bestimmt sehr hilfreich sein und auch sehr unterhaltsam. Ich wünsche euch alles Gute und bis morgen. Tschüss!